hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir es freut mich wieder riesig dass ihr heute eingeschaltet habt und ja heute möchte ich mit euch über die folgenden spannenden themen sprechen als allererstes gucken wir uns an warum der bitcoin nach drei jahren das erste mal wieder die 19.000 us dollar überwunden hat außerdem gucken wir uns an warum die bitcoin kurs muss da aus den vorherigen bull runs nahe legen dass wir in zukunft 160.000 us dollar pro bitcoin erreichen können und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum es hier um 2.0 wahrscheinlich am ersten dezember starten wird gucken wir uns das allererste thema und hierbei geht es natürlich um den anstieg des bitcoin preises denn wir haben es heute tatsächlich erleben dürfen der bitcoin hat den wert von über 19.000 us dollar geknackt und das ist das erste mal seit 2017 dass das passiert ist und damit also auch das zweite mal dass wir solch einen bitcoin kurs überhaupt gesehen haben und viele indikatoren weisen darauf hin dass die rallye noch weitergehen kann wir gucken uns aber erst einmal an warum denn überhaupt der bitcoin ist nun hinbekommen hat die 19.000 dollar zu übertrumpfen und hierfür gibt es drei hauptgründe und zwar zum einen die wahlakkumulation das sinkende börsenangebot und die explosionsartige volumenentwicklung und wenn wir uns mit dem ersten thema beschäftigen das heißt also der wahlakkumulation dann merkt man relativ schnell dass sich über die spannende der letzten monate immer mal wieder wahlklaster gebildet haben also eine größere anzahl an wahlen die dann angefangen haben in den bitcoin zu investieren aber eben definitiv nicht das signal nach außen strahlen lassen dass sie geplant haben in der zukunft zu verkaufen und wir sehen hier in dieser grafik auch wann diese einstiegspunkte von einer höheren anzahl an wahlen stattgefunden hat man sieht also ganz klar dass es hier immer wieder größere mengen gab die also beschaffen worden sind in dem fall muss man eben auch davon ausgehen dass die wahl hier sehr sehr strategisch vorgehen und dazu sagte ein analyst von wellmap folgendes blasen zeigen die kurse an zu denen die wahl bitcoin gekauft haben die sie derzeit halten blasen visualisieren auch die unterstützungsniveaus beim letzten mal gab es eine erholung auf 15.762 us dollar und ein kurswachstum von 15 prozent wird die neue blase bei 16.411 us dollar auch dieses mal halten das ist natürlich eine berechtigte frage es gibt seitdem natürlich einige rückgänge unter 18.000 us dollar aktuell ist es aber so dass wir über 18.000 us dollar nun sogar das niveau von 19.000 us dollar übertrumpft haben es sieht so aus als würde die dynamik aufrechterhalten bleiben wir sehen zwar auch dass deutlich mehr volatilität eben herrscht als in den vergangenen wochen jetzt bin ich natürlich sehr gespannt wie es hier weitergeht dazu sagte aber auch sentiment eine on chain markt analyse plattform folgendes die anzahl der bitcoin wahl mit mindestens 10.000 coins derzeit knapp 185 millionen us dollar oder mehr ist in den letzten tagen auf 114 gestiegen die kurse sind dabei auf über 18.000 us dollar gestiegen dazu hat auch die anzahl der besitzer mit mindestens 1000 bitcoins knapp 18,5 millionen us dollar mit 2449 ein allzeithoch erreicht man sieht also ganz klar dass es immer mehr wahl gibt die also deutlich mehr kapital haben um dieses in den bitcoin zu investieren und sie tun es eben auch weil sie davon ausgehen dass langfristig gesehen der bitcoin preis weiter ansteigen kann außerdem sehen wir eben auch dass wir immer weniger bitcoin börsereserven zur verfügung haben die ganzen bestände werden von den plattformen heruntergezogen man geht eben davon aus dass es hier zum teil unsicherheiten der anleger gibt aufgrund von hacking angriffen und so weiter aber auf der anderen seite natürlich um die kontrolle zu haben es zeigt ganz klar dass wir natürlich deutlich mehr investoren haben die sich mit der thematik auseinandersetzen und eben auch über die verwahr möglichkeiten nachdenken und da sind eben entsprechende börsen nicht wirklich sinnvoll und dazu sagte ein trader folgendes jedes mal wenn die sportbörsen ihre bitcoin reserven aufstocken werden diese fast sofort aufgekauft verstehen sie das nicht es gibt buchstäblich nicht genug angebot das passt natürlich auch ganz gut zu dem halving denn wir haben natürlich im laufe des jahres das halving erlebt und dadurch wurden die block rewards ja halbiert was natürlich bedeutet wenn wir also eine gleichbleibende oder eine steigende nachfrage haben aber nicht mehr angebot was einfach nicht funktioniert jedenfalls nicht technologisch dann kommt es eben dazu dass der bitcoin preis weiter ansteigt und wir sehen eben auch dass das volumen weiter ansteigt wir haben zum beispiel die open interest an bitcoin futures und optionen an der cme da haben wir einen wert von über einer milliarde us dollar alleine im november und auch das bitcoin usdt paar auf binance hat hier ein tägliches volumen von 1,5 milliarden us dollar erreicht man sieht also ganz klar dass hier super viel aktivität stattfindet und dass das volumen kontinuierlich ansteigt was glaubt ihr werden die 19.000 dollar gehalten und werden wir in den nächsten tagen sogar das all time high fallen sehen schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken uns das zweite thema und hierbei geht es um das was nach dem bull run jetzt kommen kann nachdem wir die 19.000 dollar erreicht haben wobei man aber eher davon ausgehen kann dass diese prognose die hier aufgestellt wurde für das jahr 2021 angewendet werden sollten wobei man natürlich trotzdem aufpassen sollte diese dinge eins zu eins zu übernehmen denn es sind nur prognosen und niemand weiß hundertprozentig was in zukunft so passieren wird gucken wir uns da noch einmal an worüber hier genau gesprochen wird zum einen sehen wir natürlich dass die marktkapitalisierung am gesamten kryptowährungsmarkt bei 538 milliarden us dollar liegt und damit zwar immer weiter richtung all time high 2017 sich annähert aber dennoch brauchen wir noch einen relativ weiten weg bis wir tatsächlich das niveau aus dem jahr 2017 erledigt haben geknackt haben und es sieht eben auch so aus dass wir in weiterer zukunft noch weitere anstiege zu erwarten haben wenn wir uns nämlich mal die aussagen von zum beispiel auch mike mclone angucken der senior commodity stratege von bloomberg intelligence der eben ganz klar davon ausgeht dass das niveau aufrechterhalten wird und dass es in den nächsten ein bis zwei jahren eine möglichkeit gibt dass sogar eine null hinten am bitcoin preis hinzugefügt wird viele analysten viele persönlichkeiten gehen davon aus dass wir in zukunft auf über 100.000 us dollar pro bitcoin steigen können und das ist ein thema was überall kommuniziert und diskutiert wird egal auf twitter in reddit foren oder irgendwelche anderen plattformen die man so kennt überall gibt es diskussionen zu dem ganzen thema und niemand weiß am ende wirklich was passieren wird aber es gibt von einem youtuber von dem youtuber colin talks crypto eine sehr schöne infografik hier werden die bull runs aufgeschlüsselt angefangen natürlich mit dem jahr 2011 dort haben wir den höchsten preis in diesem jahr eben erreicht von 31 us dollar und dann gab es eine korrektur von 94 prozent auf zwei dollar 2013 ging es dann weiter dort ist der bitcoin preis um das 37 fache angestiegen auf 1153 us dollar anschließend gab es eine starke korrektur 2017 dann eine erhöhung eine multiplizierung von mal 17 auf knapp 20.000 us dollar und wieder eine korrektur um ungefähr 84 prozent und man geht eben davon aus dass wir wahrscheinlich 2021 das nächste all time high erreichen werden das dann erst geknackt werden muss und hier geht eben dieser youtuber davon aus dass wir in zukunft einen achtfachen multiplikator sehen werden und dass damit eben ein all time high von knapp 160.000 dollar pro bitcoin realistisch wäre es ist also eher konservativ von knapp 50.000 us dollar zu sprechen aus seiner sicht denn damit würde nur ein multiplier von 2,5 in kraft treten und das würde natürlich nicht logisch sein wenn man sich die daten aus der vergangenheit anguckt in dem fall muss man aber eben aufpassen denn die geschichte die wiederholt sich niemals eins zu eins sie wird vielleicht an das herankommen was in der vergangenheit so passiert ist aber wir wissen niemals ob in der zukunft genau diese dinge noch mal passieren so wie sie in der vergangenheit passiert sind es lässt uns natürlich hoffen dass wir annähernd in dieses niveau hinauf rutschen könnten das wäre natürlich wunderbar wenn wir einen bitcoin preis von 100.000 us dollar pro bitcoin sehen würden 120.000 us dollar wäre auch wunderbar genauso wie 80.000 us dollar pro bitcoin am ende ist das aber rein spekulativ und wir wissen eben nicht hundertprozentig und auch wahrscheinlich nicht zu 80 prozent was in zukunft passiert dass der bitcoin unglaublich viel potenzial hat als wertaufbewahrungsmittel dass er von vielen institutionellen investoren gesehen und genutzt wird und dass hier unglaublich potenzial dahinter steckt ich glaube darüber sind wir uns einig aber wir wissen eben nicht was in zukunft passieren wird und vor allem wie stark der bitcoin noch ansteigen kann und da bin ich sehr gespannt was wir in den nächsten wochen und monaten noch so sehen werden glaubt ihr dann dass die 160.000 us dollar wirklich realistisch sind schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns noch das letzte thema an und hierbei geht es um mysterium 2.0 das ganze thema wird ja immer relevanter und immer größer denn wir warten natürlich immer noch auf das thema staking was eben damit eingeführt werden soll und nun ist es tatsächlich gelungen dass insgesamt 524.288 eth von 16.384 validierern eingezahlt wurde was also bedeutet dass tatsächlich der start zum ersten zwölften bestätigt wurde damit startet die phase 0 und noch nicht alle funktionalitäten stehen bereit aber auf jeden fall hat man dann die möglichkeit die ersten staking funktionen zu benutzen in dem fall wird dann aber das kapital bis phase 1,5 gelockt und man hat hier keine möglichkeit das geld auszahlen zu lassen es gibt natürlich viele hodler die davon ausgehen dass es dann dritte staking dienste geben wird wobei man aber hier auf einen entsprechenden exit betrug aufpassen muss ich bin nun gespannt ob das ganze thema angenommen wird und vor allem welche bull runs dadurch im ethereum kosmos dann ausgelöst werden und da freue ich mich riesig darauf denn aus meiner sicht hat es hier neben dem bitcoin und vielen anderen crypto währungen noch ordentlich viel potenzial weiter sich zu entwickeln und natürlich am ende auch preislich weiter zu steigen gut ich hoffe euch hat dieses kurze und informative video gefallen falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erst mal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao